Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 997 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Darf ich dir helfen, den Salat vorzubereiten? Darf ich dir helfen, den Salat vorzubereiten? Die Hunde haben sich einen gemütlichen Platz in der Schublade ausgesucht. Die Scheidung ist vollzogen. Ich gebe dir den Ring zurück. Die Scheidung ist vollzogen. Die Scheidung ist vollzogen. Ich empfehle dir, dich auch impfen zu lassen. Mach einfach einen Termin bei deinem Arzt. Ich empfehle dir, dich auch impfen zu lassen. Mach einfach einen Termin bei deinem Arzt. Jetzt können wir zusammen nach oben gehen und über den dritten Stock sprechen. Bettina ist mit meiner Leistung zufrieden. 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 Aber es fehlen noch drei Heizkörper. Die Elektroinstallation ist hier in Ordnung. Aber es fehlen noch drei Heizkörper. Die Elektroinstallation ist hier in Ordnung. Aber es fehlen noch drei Heizkörper. Die Bank hat mir eine neue Kreditkarte geschickt. Mein Kreditlimit hat sich deutlich erhöht. Die Bank hat mir eine neue Kreditkarte geschickt. Mein Kreditlimit hat sich deutlich erhöht. Mutter und Sohn sortieren Teile für die Montage von Möbeln. Mutter und Sohn sortieren Teile für die Montage von Möbeln. Mutter und Sohn sortieren Teile für die Montage von Möbeln. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Unsere Statistik sieht nicht gut aus. Der Umsatz ist zurückgegangen. Unsere Statistik sieht nicht gut aus. Der Umsatz ist zurückgegangen. Ich arbeite sowohl als Model als auch als Fotografin. Das ist in der Branche nicht üblich. Ich arbeite sowohl als Model als auch als Fotografin. Das ist in der Branche nicht üblich. Dieses Angebot zur Heizungssanierung muss ich sorgfältig prüfen. Ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Dieses Angebot zur Heizungssanierung muss ich sorgfältig prüfen. Ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Alle unsere Umzugskartons sind jetzt in der neuen Wohnung, aber unsere Möbel sind noch nicht angekommen. Hier ist ein Notausgang. Das Schild muss immer beleuchtet sein. Hier ist ein Notausgang. Das Schild muss immer beleuchtet sein. Es spielt keine Rolle, welches Programm ich sehe. Es ist immer langweilig. Ich glaube, du hast mich gründlich missverstanden. Am besten schmeckt mir Schokoladeneis in Italien. Am besten schmeckt mir Schokoladeneis in Italien. Die roten Schuhe sehen gut aus, aber ich kann nicht darin laufen. Die roten Schuhe sehen gut aus, aber ich kann nicht darin laufen. Ich habe nicht nur wahnsinnige Kopfschmerzen, sondern mir ist auch schwindelig. Unsere Schulden sind größer als wir dachten. Unsere Schulden sind größer als wir dachten. Unsere Schulden sind größer als wir dachten. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir brauchen Beratung. Ich mag das nicht. Für mich kommt das nicht in Frage. Das ist inakzeptabel. Ich mag das nicht. Für mich kommt das nicht in Frage. Das ist inakzeptabel. Ich mag das nicht. Für mich kommt das nicht in Frage. Das ist inakzeptabel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich mag das nicht in Frage. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Vielen Dank.